Da bin ich wieder in einer neuen Runde Tony Hawk's Pro Skater 4, wo wir gleich mal unsere Karriere wieder laden und freudig weiter zocken. Super. Ja, genau. Und den. So. Wieder im College. Und dann suchen wir uns gleich mal eine schöne Mission oder Aufgabe. Und ich habe letztens auch gesehen, wie der hier schon im Müll einmal lag. Und, naja, vielleicht können wir ihm ja helfen, da rauszukommen. Ja klar, mach ich. Wie komm ich denn jetzt so hoch? Da ist einer. Zack. Ähm. Ähm. Hey. Achso. Oh ja. Hey, ich wollte nicht raus. Nein. Scheiße. So, dann muss ich da wieder hoch. Dich hau ich auch noch weg. Wie komm ich denn da hoch? Hier an der Wand. Komm ich hier so hoch? Ne. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht gut genug. Scheibenklasse. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Äh, so auch nicht. Ich glaube, für diese Mission muss ich noch etwas besser werden. Hm, ich versuche mal hier oben lang. Okay. Ne. Warte mal. Hier sind doch die Z2-Kabelchen. So. Da. Auf das da. Nein, auf das da. Oh. Cool. Jetzt fall ich gerade in die falsche Richtung. Nein. Oh, dann fall ich runter. Oh, gut. Okay. Bin drauf. Nein. Nein. Dann fall ich wieder runter. Es gibt's doch gar nicht. So viel Pech. Gibt's doch gar nicht. Oh. Okay. Okay. Ah. Ah. Nein. Wie geil. Also. Dann machen wir erst eine andere Mission. Die hat ja gerade nicht wirklich gut geklappt. Gut. Was soll ich machen? Oh. Ein bisschen. Scoren. Machen wir das mal. Nein. Nein. Wieso fällt er denn hin? So. Das hat doch geklappt. So. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Nein. Schade. Okay. Okay. Huah. Oh. Schade. 75.000 Punkte. Das ist schon ziemlich viel. Am Anfang. Vor allem wenn wir dann noch rund fällt. Äh. Cool. Lade. Komm. Oh. Super. Super. ist etwas langweilig hier gerade ich will mal da drauf stehen bleiben alter scheiße diese diese punkte bekomme ich doch in der zeit nie zusammen ach schade verloren na dann suchen wir uns eben eine andere mission vielleicht gibt es ja noch eine leichtere auch wieder bei dem betrunkenen unser bester freund na du wo er jetzt so cool drauf ganz ehrlich alter der hat drauf der typ alter ich muss da runter nochmal nochmal oh scheiße den habe ich nicht bekommen bekomme ich hinterher vielleicht noch einen ok ich muss alles am anfang bekommen ok also nochmal ähm was war das wollte da drauf fahren ja so was hat merkt er bleib da oben drauf ja gut oh meinung nein ich bin nicht da lang nochmal mal diese verdammten elefanten oh einmal noch einmal noch da habe ich gerade viel zeit verloren wertvolle zeit scheiße doch geht emmanuel verdammt es lässt mich aber auch nicht los ich will das schaffen wobei ich komme da immer auch zu schief vorhin hat doch der lauf dahinten so gut funktioniert wieso jetzt denn ich ich höre damit nicht so lange ich mache das jetzt so lange bis ich es schaffe auch wenn das zehn minuten dauern sollte nein ist das geil das ist doch schon ziemlich bitter wenn pinke elefanten ein zwar weißblut treiben ne kein ja ja a p wo ist meine flasche der tipp ist so geil oh Alter die mission war aber auch gerade hab ich nicht schwäure aber ich hab es nicht geschissen bekommen cool zurück geht's ganz einfach so und so weiter so jetzt noch machen da hinten ist eine mit dem fall überm kopf und zack je m wird weit nach oben feinbar hier lang juhu grüß dich hat zu sehen das war der mit dem ok ach das das ist geil es ist eine top mission kenne ich nur aus der werbung sozusagen wo mich lang da da das ist witzig scheibenkleister scheibenkleister da muss ich slalom fahren ok wuhu diese kurve ist hart man muss eigentlich nur leertasse gedrückt halten und nach links und rechts das dürfte doch wohl nicht so schwer sein es dürfte nicht so schwer sein naja der ist auch mit inline angefahren so lange hat man doch gar nicht schwungen das ist doch unlogisch alter auto das war kalt fies scheibenkleister es ging da oben lang verdammt nochmal das auto hat mich voll aus dem konzept gebracht alter jetzt sind wir schneller kommt mir so vor jetzt sind wir viel schneller als gerade alter 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 diese autos die sind schrecklich alter grad war ich irgendwie extrem schnell jetzt bin ich wieder langsamer gleich gleich und da rein ja und wuhu geil ey die mission war cool wo hauen wir die mal drauf how long you can stay in the air ja komm haben wir da einen punkt drauf ja ich will speichern ja jetzt hör auf zu klatschen oh warte da oben ist auch gleich einer machen wir bei dem gleich weiter hier was ist das denn für eine geile mission die ist ja richtig krass noch eine runde alter wie schnell aber auch gas geht es ja krass das hier schwer ja komm 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 geil alter war das krass auch eine richtig geile mission oder aufgabe also die war krass sich da hinten dran festzuhalten geht das mit den anderen autos auch versuch das mal ey auto bleib mal hier ja das geht ich habe mich jetzt noch nicht festgehalten ich suche mir jetzt mal im auto macht das mal eine runde mal ein bisschen was zeigen die man hinfallen kann kommt ihr ein auto oh ja glaubt dass ein auto bleibt mal stehen Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ey, ah! Diese. Oh, okay, nehme ich den. Ey, warte. Ich will mich hinten dranhängen. Yeah, wie geil das einfach nur ist. Hm, ist ja witzig. Egal. So, nächste Mission. Tony Hawk, grüß dich. In Ordnung. Also ich soll jetzt ein paar Tricks machen. Los. Show it. Nochmal. Ich geh mal hier rüber. Und ein Impossible. Sondern ich relativ einfach gerade. Da hab ich das Falsche gemacht. Verdammt. Ach, scheiße. So. So. Gut, hab ich ein paar. Und eine Melone und ein Kickflip dabei. Ja, war doch geil. Können wir es mit Tony Hawk aufnehmen. Ja, das ist. Können wir schneller die Tricks wechseln. Das ist doch gut. 40k wird das ja nix. Ja. Klar, wieso nicht? Wo wollen wir hin? In CD10. Speziell sitzt es weg damit. Und auf nach San Francisco. Wir verlassen das College und sehen uns wieder in San Francisco. Oh, hier ist der Pier 18. Ob sie wohl auch diese... Oh, okay, okay. Da geht's raus. Äh, cool, ja. Oh, Amerika fahren hinten dran. Schön. Fangen wir uns hier mal ein bisschen ein. Aha. Okay. Hier ist so ein Bowl. Wohohoho. Alter, wie geil. Wohohoho. Der war auch gut. Okay, eine Haftpfeil hier. Ganz normal. Und was haben wir hier? Wasser. Jo, hier ist Wasser. Hm, auch gut. Das sieht geil aus hier. Ähm, wie komm ich denn jetzt die Treppen hoch? Wow. Wow. Ah. Wow. Hä? Ey, das geht einmal so da rum. Wie geil. Ey, das mach ich nochmal. Das sah cool aus. Also fand ich jetzt. Ähm. Ja, vielleicht machen wir es nochmal. Oh, ey. Einmal drum. Cool. Und hier einmal hoch schaffen wir nicht. Schade. Gucken wir uns das mal so an. Wow. Geht's ja irgendwie weiter oben. Hier vielleicht so rein. Nein, einfach nur ne Wand. Das steht vielleicht. Ja, den sprechen wir jetzt einfach mal an. Ach du Scheiße. Da ist jedenfalls schon mal ein S. Okay. Da ist ein K. Kommen wir da hoch? Da kommen wir doch nie hoch. Sag ich doch. Da ist das A. Alter. Hä? Wo war das jetzt? Ach da. Gut. Und zack. Haben wir es. Jetzt suchen wir das T. Das T. Das T. Das T. Das T. Das T. Ist da. Wie kommen wir an das T da ran? Hä? Warte, ich bin gerade kurz überfragt. Wir müssen irgendwie auf die Line da kommen. Ich glaube wir müssten da hinten hoch, wo das A grad war. Aufs Dach. Okay. Zack. Ach, kommen wir nicht hoch genug. Mehr Schwung und nochmal. Na ja, Versuch. Ach, die Züge haben sie drin. Okay. So, Anlauf nehmen. Und los geht's. Wir müssen das doch da hoch schaffen. Boah. Ganz knapp. Nein. Komm, wir versuchen das hier mal. Also diese Runde. Ich hab da auch nichts. Komm, bleib oben liegen. Bleib oben liegen. Bleib oben liegen. Fein. Da komm ich doch nicht rüber. Soweit. Egal. Quaschen wir den an. Ja, ja. Das wird nicht schwer. Denk ich. Einfach mal hier langsladen. Wow. Wow. Wow.